Ich meine, du, Tonier, mein Sohn. Mein Sohn. Also der heutige Künste ist echt heftig. Aber das ist ein bisschen heftig, finde ich. Fuck. Ein Samsal. Cause I got Hose. Kohl, Ling. Und Jung nicht auf Fohr. Wir gehen zu den Towers so drüber. Mhm. Ich bin Maken. Nein, wir sind nicht Thilde, wir gehen jetzt auf den Win. Oh, okay. Das ist besser. Ich habe das eigene Hose. Ja. Wind Shack. Wind Shack. Ich habe noch eine andere Seite. Ja. Es kann mit Noobs stehen. Hö. Alter. Ich nehme jetzt jede Pop mit. Ich nehme jede Pop mit, bis auf Tactical. Vorhin ist Tactical voll stark. Und jetzt ist Tactical ein Schrott. Hast du Tactical? Nein. Ja doch, komm gib es mir. Alter, ich habe zwei Med-Kids, das ist gut. Du Wichser. Ja, unsere Sonne ist auf unserer Seite. Nichts. Nein. Ich gehe auch. Ich nehme einfach einen Go-Kart. Go-Kart. Meinst du einen Quad? Ich sage Go-Kart. Dein Schwanz ist ein Go-Kart. Das weiss ich. Die Schwanzfrau macht Brrrrrr. Warum? Wie immer will er nicht kommen. Er kann doch nicht. Er kann es durch. Ich weiss nicht wie viel unten noch ich spiele, ich spiele eben nachher mit einem anderen Kollegen mit dem habe ich abgemacht, zu zocken, zu verlängern, den Dennis, nein, das ist geil, der spielt seit Season 1, jetzt ist mir mir vorhin nicht in die Schule gegangen, auf das Hebeu, ich habe nicht gewöhnlich, ich habe schon 500 Holz, ich kann nicht nur 500 Holz mitnehmen, ich habe ihn voll vergessen, Scheiss, geh, es gibt so vieles, was du nicht weisst, du weisst nicht mal, dass ich geste, nein, du weisst nicht, dass ich geste mit deinem Mann im Weg sein bin, ha, triggert, nein, das habe ich nicht gewusst, und wer hat vorgegangen, du, Sedrig oder der Björn, oder der Wasco, Sedrig haben wir gar nicht in die Schule, gut, nein, Spass, also ich habe nur gesehen, dass ich in Lobby war, Ich weiss nicht, wenn der Frust ist, mit euch, mit euch, ich weiss. Ich war auch mal kurz in der Lobby, und dann habe ich dann geschrieben, aber nein, sie sind nicht raus, ich weiss nicht, der Frust ist nicht schwach. Ich weiss nicht, der Frust ist nicht schwach. Ja, 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 nein. Warte, wir haben noch eine Minute, sonst hätte er gut gemacht. Okay, zwei Mad Kids, ooooh, neue Pump. Ach so. Also, ich nehme jetzt einen von diesen Quads und hole dich ab. Er hätte gut gesagt... Wir können auch einen neuen Pump. Letzter. Here we go. Warte, wir haben noch eine Minute. Ich hole dich trotzdem schon mal ab. Oh mein Gott. Warte, wir haben noch eine Minute. Hallo? Hä? Nicht. Ja Moin. I'm coming. Warte auf die Wand. Ah. Ah. Was? Ich habe ja noch einmal Blue Life, merke ich gerade. Oh what? Ich habe ja wieder gebetet. Ich bin echt wieder gebetet. Warte, bei ihrem Elm der Günü. ig. Ich bin echt gut. Jaaa. Da ist es gegen den K. Wir sind schon hier. Oh mein Gott, Jan! Wieso kassiert er so viel jetzt? Ich weiß, wenn ich jetzt unser Quad nehme, darauf stehe ich heftig aus. Ja, ich nehme es mit, ich kann es mitnehmen, okay komm, wir gehen, wir machen, wir können es. Ich kann es jumpen, ich habe fast keine Metz, fahr, 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 du. Ich kann es mitnehmen. Na mal, fahr einfach, fahr einfach, fahr einfach, fahr einfach, fahr einfach, fahr einfach, fahr, 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 Fick dich doch! Aber wir sind eh da vorne. Ja, dann hast du vielleicht ein Lagerfeuer. Ja, dann hast du ein Lagerfeuer. Ja, dann hast du ein Lagerfeuer, ist meine Frage. Nein. Fuck. Vorher sind die Gegner. Ja, das ist doch gut. Nehmen wir sie doch. Wo vorne? Ja, da... Ja, da... Oh mein Gott. Das ist dein Problem. Komm jetzt hier mit Jumpen durch. Ja, komm. Gehen wir uns jetzt mit Jumpen. Nachher gehen wir dann mit Zone. Zieh halt ab. Ja, Zone hasst uns. Wir gehen zuerst auf den Berg, und dann in die Zone. Äh... den Berg, dann bauen wir uns hoch und dann jumpen. Ich nehme mir eins mit. Oh mein Gott, wir nehmen einfach den Sniper. Wollen wir den Sniper von uns? So fixer. Ich kann kein Spiel Battle mehr mitmachen. Ja, wir gehen jetzt auf den Berg und bauen uns dann hoch. Ja. Eine Ruhe. Wir schnappen zu. Mhm. Ich glaube, die warten wir von uns. Wo ich nur einen kill, dann haben wir einen Punkt. Ja, dann ist es easy, wenn ich nach zwei noch... Ich mache noch diese Runde mit dir. Und dann gar nicht. Dann noch zwei Runden. Die und noch eine. Ich mache gar nicht mit dem anderen. Vielleicht kann ich heute auch nicht so lange spielen. Mal zum anderen. Zum Dennis. Zum Dennis. Dann mach ich mal mal weg, ich kann ich mitnehmen. Oah, Fuck. Ja,ON. Mensch, dann mach ich da. Wir müssen jetzt aber nicht ganz warm bauen. Und hier... Mann, das ist nicht die Saison. Keine Munizone. Bei den Fäuser hat es... Fäuser? Ja, du hast schon den Fäuser. Hinten euch hat es gegnert. Hat er auf dich gesnipet? Hat er auf dich gesnipet? Ich hatte mich vorladen und das Teil. Er muss mich nur snipen und ich bin verreckt. Oh gut, der Meg ist weg. Voll aus sozial. Voll aus sozial. Voll aus. Voll aus. Was ist das? Und du hast das Lager für? Nein. Ich nehme mehr Kids mit, wenn du das jetzt. Kannst du bei mir gehen? Kannst du bei mir gehen? Wie gehen wir gehen? Kann ich bei mir gehen? Also gesnipet, ich würde einfach irgendwo auf den Camper und Punkte sammeln. Ja. Ich bin zwei Pinker. Ich habe eine App gezählt über das Zimmer, wo wir zwei Pinker wieder sind. Mhm. Also Platz zählt unter den letzten 10 Spieler? Platz 10. Nein, ich glaube es sind unter den letzten 10 Spieler. Ich habe das beste Versteck. Oh nein, da muss nur eine Rocket Launcher kommen. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Ja, bis wir das realisieren, dann sind wir schon wieder tot. Darum gehen wir in die Zone. Ja, da kommt der andere. Da kommt der andere. Ja, da kommt der andere. Ich bin fast überall von euch unten. Ich habe nur zwei Mal. Ja, zwei Mal. Ich brauche einen Stein. Halt mich. Dahinten wird heftig gefightet. Egal, scheiss auf. Hast du gerade geschossen? Ja, er ist schon weit. Ja, der läuft einfach. Oder wird pumpt. Aber er ist schon weit. Ich habe ihn weit geschossen. Keine Ahnung. Nein, ich gehe jetzt dahinten und da hinten das Gefight gegeben. Und sie pusht, glaube ich, so ein bisschen an. Du möchtest das auf dir sitzen lassen? Dass dahinten so viel gefightet wurde und mir nicht mitmachen. Wir brauchen noch einen Kill, damit einen Punkt bekommen wir die an. Ja und? Schlaas. Easy. Ich muss es aufeinander nehmen. Warte, hast du gerade mal ein bisschen. Ja. Er ist im Boot. Truck. Ach, nach rechts. Äh, nach rechts. Ah, wir sind zum Arsch. Ah, wir sind zum Arsch. Ah, wir sind am Arsch. Ich finnisch mich. Ich finnisch mich nicht, ehrenbruder. Jan, finnisch ihn, finnisch ihn, finnisch ihn. Wir brauchen den Punkt. Du Hund, scheisse. Ja, easy. Ciao Jan. Na, Spass machen. Jan, Jan. Ich mach nur ein und die mit dir. Na ja, nicht mehr Geduld. Hallo. Hallo. Jan? 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 Ich bin mit dir. Ich zock nicht mehr durch. Ich gehe jetzt mit dem anderen zocken. Ihr Noobs. Nein. Ah, da ist ein... Dennis, komm. Ich spiel Duos. Duos. Ich mache es... ähm... Du... Duo-Tonier. Come on. Matrix Monstega ist online. Matrix Monstega ist online. Matrix Monstega ist online. Der Matrix Monstega... Hallo. Salut du. Salto. Salto. Ja, Salto. Alter, ich glaube es ist ein bisschen heftig. Schon heftig. Hast du sie? Warte, warte, nein, nein. Ich finde das Schild auch noch heftig. Skin wachsel, skin wachsel. Ah, gut. Es. Bist du jetzt einfach nur kurz aus? Ja, also gmeh. Holst du die Haken? Ich weiss nicht. Hast du sie? Easy. Ich finde das Schild vom Skin noch geil. Aber das Skin selber ist hässlich. Der huren lange Bart, Mann. Zerstört alles. Ich finde, der lange Bart und der Hut zerstört alles, aber der Rest ist auch noch ziemlich geil. Ich finde, ich habe einen. Alter, nein. Oh mein Gott, du bist mein Ehrenbruder. Alter, ich liebe dich. Alter, nein, das hast du jetzt nicht gemacht. Alter, du bist Ehrenbruder. Ich kaufe... Moment, ich noch mal 8 Minuten. Alter, du bist mein Ehrenbruder. Ich schwöre mal, ich kaufe dir irgendwann auch mal etwas. Ich kaufe dir einen von den Sniper. Alles klar. Ja. Alter, du bist Ehrenbruder. Alter, das hat man im Stream gesehen, Alter. Ich kaufe dir auch eine Pflume. Ich kaufe dir auch eine Pflume. Pflume Gang. Alter, mach mal einen kleinen Pflume. Ja, komm, wir nennen unsere WG die Pflume. Genau. Alter, die Pflume. Alter, du bist Ehrenbruder. Ich liebe dich. Hast du dich noch homo? Hast du dich noch homo? Full homo. Werden eigentlich die Punkte drugsetzt? Sag mal, du spielst mit jemandem. Machst du 3 Punkte, dann spielst du mit jemand anderem. Werden dann die Punkte drugsetzt? Ah, nein, ich glaube nicht. Alter, Mann. Ich schicke dir mal ein Video. Vom geligten... Vom geligten Season... 7... Am Teil. Wie weiss ich noch mal? Season 7... Season 7 Trailer. Alter, es kommt da wegschneien. Die Roboter... Es gibt eine Roboter-Invasion. Und die Magier machen den Schnee. Folgt alle 489777 auf... Instagram. Dann sehen wir gleich die... Teil. Ja. Also, Game of the Win. Retail. Hallo? Moin Leute. Irgendwie Jerusalem. Denis. So, Hutsukawa... Nein! 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 Also komm, ich muss jetzt auch die Regeln brechen. Einmal ohne losgehen. Schaut hier nicht. Ja, geht doch. Aller, die ist heftig. Spielen sie jetzt nicht. Ah, ich bin wieder da. Ja. Fuck. So ein Müll. Alter, wir hätten uns in Jerusalem. Ich wollte ja Jerusalem landen, oder? Bevor du rausgekehrt bist. Alter, es sind aber, keine Ahnung, 10 Leute rausgegumpt. Wumpt. Alter, von woher ist der Trailer? Ich weiss, keine Ahnung. Die ist wahrscheinlich... Zum Glück habe ich die Magierin gekauft. Die ist wichtig für Season 7. Kuss auf die Nuss. Was? Nein. Ja. 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 Alter, ich habe heute noch keine Runde gespielt mit einem Skin. Alter, hast du gemeint, du hast einen Galaxy-Skin? Ich habe verstanden, ich habe einen Galaxy-Skin. Alter, wieso hat das so eine hässliche Kombi? Alter, Dennis, hättest du auch, wenn du eine Galaxy-Skin hättest? Ich will Galaxy-Hacken, einfach das ganze Galaxy-Set. Ausser den Back-Bling vielleicht. Nein, ich würde vielleicht ab und zu mal eine Skin, ab und zu mal eine Hacker. Ich will definitiv nur eine Skin spielen und die Hacker. Ausser es kommt ein geiler heraus. Spielen wir gerade das Turnier? Ja. Nach dieser Runde muss ich, glaube ich, zu essen. Es gibt Fondue. Aber nachher spiele ich weiter. Ich will den Schöpfen. Keine Ahnung. Es ist nur Fondue. 10-15 Minuten. Ich hoffe, dass es noch funktioniert mit dem Anmelde-Dienst. Ja. Es ist schon heftig, wenn wir zusammen gehen würden. Ich habe einen Jump Pad. Ich würde es heftig führen. Ich werde den Schöpfen geben. Bist du grad da aber kaputt? Schöpfen. 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 Eins. Zwei. Schöpfen. Öffne. da ja graber das ne gehen zu den laden hinteren nachher jetzt kauft ja um drück ins 4 Punkte machen. Keiner ist da. Das ist so asozial. Hier bei der Lade ist einer. Oh, 2 Satze geht schon aus der Hüfte. Oh, shit. Er kann es jumpen, gell? Das ist der Satz. Nein. Ich weiss nicht, ob es die ist. Er kann ihm 2,627 Hitze geben. Oh mein Gott, da ist so viel Fall. Was ist passiert? Er kommt wieder runter, weil der pumpt dich nicht. Er hat mir schon gegeben. Er finischt nicht. Er finischt, er finischt, er finischt. Was? Easy, nochmal. Wie gibt es das noch? Öffne. Warte. Warte. Wie gibt es das noch? Okay. Also um 7 Uhr. Geil kurz Nachtessen. Erst um 7 Uhr. Das heisst, wir können noch eine Stunde durchsuchten. Weisst du was? Eine Runde ohne No Skin. Da kann es die Regeln brechen. Aber zu welchem Skin passt? Ja, irgendwie. Komm mal so ein fettes... Genese-Skin-Skin. Ja, ich habe nur den Scheiss-Teil. Aber ich will den nicht spielen. Ich spiele jetzt einfach den, weil der auch erst einmal im Schock war. So. Alter, du hast den Skin, ich muss mir das nächste Mal auch holen. Ich habe meinen Geburtstag geholt. Ich glaube, ich bekomme den gelockten Star. Wie hast du Gebäude? Am 22. Juli. Da habe ich so... Von... Ich habe so... ...hundert Schutze PS-Gutfaller bekommen. Von allen zusammen. Ach, wir haben sie instant einwachsend geholt. Und dann ist das Skin hat einfach im Schock gesehen. Ja, wir können. Easy. Okay, mit dem Wachsend. Ach, nicht gleich. Alter, die Jacke ist ja verdammt fit. Alter, die ist echt geil, die Jacke. Habe ich das Herz? Äh... Bin ich behindert? Nein, ich habe das Herz nicht. Egal, du bekommst auch etwas Rotz. Oh, Fussballspieler, Mann. Oh, mein Gott, der Schneesturm. Ja. Wo ist er? Ich sehe nicht. Ah, doch. Sehen alle. Das ist kein Schneesturm. Das sind Flugzeuge. Ja, ich habe es immer getan. Spass. 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 im Pflegeheim. Sie arbeitet als MPA, medizinische Praxisassistentin. Ja, Rocket Launcher episch. Jetzt rasiere ich. Ich habe episch einen Rocket Launcher. Und ein blaues Jagdgewehr. Ich habe schon Tag. Alter, ich mit dem Jagdgewehr und Rocket Launcher ran. Au, rasur. Du meinst RPG auf den Ankom. Nein, nein, genau umgekehrt. Aha, easy. Ich mache so 1000 Meter Kill mit RPG. Ich bin Hacker. Ja, das Skin ist in echt schwarz. Das Skin da. Alte Wama. Goldig Automat. Mit Scheissdreck drin. Verrecken sollte ich. Automat. Alter, ich habe keine Dynamite, Mann. Ich habe keine Dynamite. Ich habe keine Dynamite. Ciao, Tiltz. Ich habe keine Dynamite. Jetzt mal. Nein, nein, ich habe keine Dynamite. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr tun werde und dann... Ich kann selber einen Biggie Ja dann nehme ich sie mit Oh mein Gott ich habe sogar eine legendäre Skawai die einfach rumliegt Alter mein Loot ist an der Fliege Ich habe nur Tricks Ich habe nur noch mehr Minisse Ich habe nur noch mehr Minisse Ja komm ich schaue den Biggie Bei dem habe ich markiert Da ist der Minisse Das sind die anderen Minisse Ich hätte eigentlich gerne noch Pump Hast du noch Rockets oder so? Was sind Minisse? Ah im Biggie Ah dort Du stehst da fast in den Büchernladen Ja Ja In den Büchernladen Ja Also was ich meine Das kann auch noch eine mitmachen Ja Also, ich muss jetzt echt nur noch... Hast du irgendwo PAM gefunden? Ähm... Sonst gehen wir sicher... Dann gehen wir halt die Häuser noch lauten, dann ist es safe, nur. Dann gehen wir sicher noch... Dann gehen wir sicher noch... Ähm... Checken hier... Da hast du ja Tech. Ja, ich habe Tech. Tech kann ich aber auch für den PAM. All die Spitzacken sehen auch noch ziemlich gut aus mit meinem Skin. Weisst du, wegen dem Rot und dem Grau Silber da. Weisst du, das Rote so auf dem Griff und so. Ich finde es sieht heftig aus von hinten. Ich weiss, bei dir sieht es... Ah, da hat es ein PAM. Easy. Bei dir sieht es halt am heftigsten aus, weil du ein Chines bist. Hast du den Wukong? Hast du den Wukong? Der Wukong ist mein zweites Skin, den ich mir gekauft habe auf dem anderen Account. Ich habe das Portrift. Ich lasse es liegen. Dann schauen wir, was die Zone sagt und dann gehen wir in die Zone. Wenn wir es buchen. Ich habe 9 Dynamite und 9 Dynamite ist heftig. Ich habe 5 Rockets. Das ist gut. Ich habe 5 Rockets. Das ist gut. Ich habe 5 Rockets. Hast du das kleine Haus hier gelautet? Das ist halb kaputt. Ja gut. Dann komm nachher zu mir. Schauen wir mal, was die Zone sagt. Also ich habe jetzt voll Metall. Nein, ich habe alle noch ein Metall. Jetzt habe ich voll Metall, voll Holz. Jetzt werden wir nur voll Stein. Ich habe voll Holz. Das ist so heftig. Ich habe noch ein ganz altes Teil. Ähm. Ganz. Jetzt habe ich kein Ding. Kein MP. Was läuft? Ich habe vorher irgendwo MP gehabt, aber nur alle. Haubebogen MP. Ah, ich kann gar nicht. Heftig. Scheiße. Okay, warte. Wir können noch ein bisschen warten. Noch mehr Minis. Ich habe jetzt auch noch mehr Minis. 6 Minis mit Neon statt 10 Dynamite. Und Chak Chak. Nein. Dann nehme ich einen Chak Chak mit. Du sprangst auf voll, ey. You suck. Alter, da unten liegt jetzt. You suck huge dick, Alter. You suck mad, ey. Jetzt kann ich... Oh mein Gott. Ich habe zuerst einen Chak Chak mit. Ich würde sagen, sollte ich mir ein bisschen Damage machen, um Chak Chak zu laufen. Dann kommt mir Chak Chak mit. Chak Chak oder 6 Minis. leness echt Ghak Chak. Ja eben. Dann kommt das mit, aber es ist wie ein specific Depression Sche bathtub. Dann kommt es mit mir, zwei Portr helemaal. Als eine schon mit portrait. Ich hab jetzt die Portr estil aus. Ich bekomme die Portriff. Er vertraut euch mir nicht. So. Oh, warte mal. Wollen wir hier rüber? So, High Ground oder mehr Tomate? Gehen wir Tomate, weil Tomate hier ist wahrscheinlich mehr der Sohn. Chak-Chak von dir. Chak-Chak verschissen. Ja. Nein, Spass. Echt? Nein. Hast du schon der Papierschirr? Ja. Das habe ich gespielt. Ich weiss. Wird das den geilsten Schirr besitzt? Mhm. Ja, der ist so hässlich. Nein, der Season 4 ist der Farbe. Season 5 ist der Regenbogen da, weisst du? Eben, eben. Der Farbe, ja. Ah, der von Season 4 ist auch so hässlich. Mhm. Der ist hässlich, finde ich. Die letzte blaue Jacke wäre, ich habe jetzt einen blauen Sniper. Hefte Beschiesse, ne? Schiesse. Ich weiss nicht, ob ich pissen muss oder einfach meine Blase wehtut. Ich weiss gar nicht. Ja, Blase, Hasen. Der Hasen bläst mir einen. Äh, Gagner mit Ballonen. Wo ist er, wo ist er? Äh... Sag ich. Nein, nein, komm nicht an, komm nicht an, komm nicht an, komm nicht an. Doch, einer ist in der rechts, den habe ich gesehen. Nein, als ob es kein Hatcher gewesen ist. Warte mal. Spawner, die werden von hinten pusht, die werden von hinten pusht. Okay, warte kurz, ich muss mich auch einbauen, mein Vater hat kurz geklappt. Warte mal. Siehst? Steht im Verhältnis. Böse mal. Bach. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin der Marc. Ich dachte, ich muss etwas machen. Spielst du jetzt dringen? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wie man vom Kompi spielt, aber egal. Oh mein Gott. Der hat mich eingebaut. Wie mir ist das Gegner? Ich kann nicht mehr runter springen. Ich kann nicht mehr runter springen. Ja ich kann nicht. Ja Moin, mein Bruder verbaut kurz. Alle meine Matze. Ich geh mal kurz zu Chuck Chuck. Hast du einen Kill? Nein Moin. Komm mir gleich helfen. Alter ich hab voll Metall gehabt. Was hat der gemacht? Ich hab die , was hab ich gemacht? Ich bin 15. Ich hab sie weg. Wo ist das? Das sind so viele Gegner. Ich bin so masch. Nein, ich kann es nicht schaffen. Aber ihr schafft es weg zu holen. Ich komme zu dir. Ich komme durch das Haus. Ich kann es nicht durchhalten. Oh, die Schweiharten. Was ist? Ja, ich werde streamen. Super. Sein Handy fliegt einfach zum Boden. Hast du noch Rockets? Äh, ich habe die Schweiharten. Ja, easy. Kann ich sie haben? Alter, was ist hier passiert? Ich brauche jetzt 7, 1 und 13. Ja, easy, komm. Warte, ich kann schon überfahren. Ja, easy, hast du getroppt? Hey, hier unten, Teil. Auf dem kleinen Vortrag. Ja. Ich komme mit dir farmen. Oh mein Gott. Ich habe gerade den Struggle von meinem Live gehabt. Oh mein Gott. Da ist so der Headside. Mhm. Wenn wir die Zone, dann sind wir vor denen. Die Zone können sie abgefangen. Weisst du, mit ich, mit Rocket Launcher und alles. Oh mein Gott. Du kannst so schnell, alle mit 2.2. Top 5. Easy. Okay, okay, okay. Ich sage nur eins, Lost in Life. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Du bist allein. Äh, ich sehe so aus, ja. Wo genau ist er? Ich glaube, du hast gerade in die Dinge gegangen. In die Brücke oder was? Hier drin hat es einen Container. Ach, der Falle! Da ist einfach ein Falle bei mir. Ja, der hat gerade durchgezogen. Ich muss nicht nur noch da campen. Ich habe ja alles gesehen. Der muss da hinten sein, irgendwo. Ja, er muss irgendwo da sein. Dann kann ich mir so viel in dem Coat dämmen. Vielleicht auch hinter dem Baum. Nein, da ist niemand. Hinter dir, hinter dir! Ich habe es gesehen. Der, der ist weiss, hinter dir. Der muss auch mein. Schöner, bei mir ist noch mal jemand. Komm, 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 komm. Ich habe zu mädchen. Ich bin jetzt. Wo? Wo ist die? Wo ist die? Alle sind dort. Oh nein, der ist super hier. Oh mein Gott, du gehst mir hier! Von wie ist der hinter mich hinkommen? Ich glaube, das war der von vorher. Glaube ich. Also, warte mal! Oh mein Gott! Probier es doch 3! Alter! Das ist die von vorher! Die schwarze Fussballer! Oh mein Gott, der ist so tot! Ich habe auch! Oh mein Gott! Noch einmal Joschk character. Es Crimea vielleicht. Herr wird das Schraธ machen lassen. Ja, komm mal! Alter! ... Hallo! Hier hast du noch einen 3, dann haben wir noch einen Achtung. Oh mein Gott, hier ist der Beste. Oh, schön. Warte mal, es sind zwei Solos. Komm, es sind alle Solos. Alter, hätte die Rockets vielleicht. Halt, wo ist der Dings? Der Hund. Nein, weh, das ist ein Duos. Das ist ein Duos. Ihr Alter, legt mir dran am Arsch. Ja, komm, keine Chance. Ich habe noch keinen Punkt mehr, hallo? Ich war doch top 3. Easy, komm noch mal, noch mal. Das war gerade so ein Müll, so ein Müll. Wir haben jetzt 4 Punkte. Wir haben jetzt 4 Punkte. Leider noch. Es gibt sonst noch so viele Skins, die chinesisch sind, als ich kann. Scheiss, ahne ich gar nicht, oder? Doch, vielleicht der Wolf, weisst du, mit dem Ninja Schwert drauf. Und dann anschaut. Ja, komm, wir spielen mit dem Wolf. Aber in Weiss. Mit dem Roten, das sieht am heftigsten aus. Der Drift könnte sich verpassen. Was? Der Drift? Ah, er stimmt. Ah, shit. Der Drift ist super gut. Der Drift ist richtig wichtig. Oh, Gott. auch m nr auch nicht zu weit existieren grüßig steil hatte die unische wachsinnens minuten kommen und das meditiert hier überlegt haben, weil du schon reinkommst. Alter, am Schluss hab ich gemeint, das sind Solo-Spieler. Ja, danke. Also, wie du einfach die Einten hast, hast du gesniped. Hast du auch gemeint, ich hatte Solo-Spieler, weil die Einten war ja nur Knock, die ich gekillt habe. Ja. Hast du auch gemeint, alter Squats. Seit 2 Uhr sind du gewesen. Ja, eben. Ich dachte, die Einten, die... Ja, kann sie... Das ist schon alleine gewesen und der ist dann gesniped. Und dann halt... Die 2 Uhr wieder weg. Am Schluss hab ich so gewusst, ich verreck. Geh'n doch. Ich meine gar nicht, du bist so glücklich, Alter. Ja, moin, ich hab nur einen blauen Wolver. Ja, gib's mir. Ja, gib's mir. Ich melde jetzt alle, weil die alte sind oder nicht. Ich hab noch keinen Pump. Merk dir eins, nimm immer Medkits mit, wenn du kannst. Gegner. Bei mir. Und dann geht's gegen. Ein Snipes. Alter, wie ich mich einfach zum Tanzen gebracht habe. Der Maid sniped von hinten. 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 Ja, ciao. Ich bock... Oh, er hat auch eine blaue Pump. Der Maid sniped von hinten. Der Maid sniped von hinten. Ja, easy. Alter, nein, ich mach den über T-Pause. Oh mein Gott. Hörst du ihn? Ja, guck den. Hab's ihn? Ja. Und das ist ein Bli-Pumper. Ich habe schon... Ich habe blaue. Hinter mir. Alter Mann, ich habe jetzt gemeint, was Geiles ist, nein, nur eine blöde Idee. Bin wir jetzt noch Bandits? Ja, den habe ich gemeint, wo ist er, wo ist er? Ah ja, bei dir oder da unten? Alter, da vorne macht Auge. Hi, sorry, findest du ihn, du bekommst glaube ich das Heal, oder? Ja. Ah ja, oh mein Gott. Der Hund, Alter. Bin ich behindert? Alter, merci, das ist mir gerade arschgelettet. Oh. Das sind einfach so eine Falle, die du platziert hast. Alter, wir sind rasiert wieder. Wir haben jetzt schon wieder einen Punkt. Alter, heftig. Wir haben einfach vorher wieder so ein Teil gehabt. Wir haben einfach jetzt schon wieder einen Punkt geholt. Alter, kommen wir... Probieren wir noch zu platzieren. Auf dem Fallspiel gibt es gerade nur zwei. Ja. Ja. Ich glaube, das sind alle da. Ja. Ich habe auch noch ein paar Punkte. Das ist gerade sehr, ich nehme da die Wäsche. Das ist eigentlich auch schon wieder. Wenn nicht Platz hast, würde ich mitnehmen, ja. Ich nehme Deigl mit, Alter Deigl ist immer gut. 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 Ich nehme nur ab und zu, ich habe einen, und dann gibt es noch einen Kaffee. Heftig. Ich weiss nicht, ob ich schon alle Fische habe. Ja, habe ich. Ich baue alles ab, was du abbaue kannst, wenn du Metz buchst. Also in dieser Runde bekommst du ziemlich viele Metz. Du hättest ziemlich viele Metz bekommen. Also ich bin jetzt wieder Fuulholz. Das macht mich glücklich. Wenn wir einfach in einer Runde vier Punkte rausgeholt haben. 20. Aber ich und ein Kollege von mir haben schon sieben Punkte und acht Punkte in der Runde gemacht. Mit Win und sechs Kills und so weiss. Wir haben einfach ziemlich viele Kills. Wir haben einfach so sechs Kills und zwei Kills. Zwei Kills. Zwei, du, zwei. Wir haben einfach nur ein Duo auseinander. Dann haben wir sechs Kills. Punkt für uns. Warte mal, ich gehe noch ein bisschen mit Metz. Also ich habe bald wieder Fuulmetall. Wir müssen mit dem Schatten steigen. Wir müssen pushen. Oder wir müssen defensiv spielen. Wir müssen jetzt hier rein. Easy. Da oben liegt einfach Goldie. Ist halt am Fiskow. Heftig. Jetzt hast du auch gelauert worden. Aber da oben muss man nicht kommen. Jetzt wird Goldie sein. Aber ich glaube nach dieser Runde muss ich dann essen. Aber nur 15 Minuten. Dann kannst du solo spielen oder so. Ich glaube nach dieser Runde muss ich dann essen. Ich kann es nicht mehr so überspielen, kann ich nicht. Ich mache einfach so duos und sowas. Ja, gell, so unter der Rede hast du, wenn du meinen Stream verfolgt hast, nachdem wir hier zwei gegangen sind, habe ich mich sehr langweilt. Ein Leitspiel, das war voll behindert. Du hast einfach schon eingesammelt, boom, fertig. Ja. Oh, man geht vor uns weg. Wieso? Wieso? Ich komme noch ein wenig Stein, komm, gönnt doch auch noch ein wenig Stein, Mann, das ist eine Ruhe für den Stein. Wale, wale, wale. Okay, ich komme auch. Wo ist, ich habe keinen Schattenstein da. Oh, ich habe keinen Schattenstein. Alter. Alter. Ich komme, ich komme, ich komme. Alter, da oben sind zwei. Oh nein. Alter. Von der Seite werden wir gesandwiched. Alter. Alter. Trapped. Ey, ich brauche deine Hilfe. Der eine steht da drin. Ey, er hat mich gefinischt. Er finischt mich wahrscheinlich. Nein, er finischt mich nicht. Eher, Bruder. Doch, er finischt mich. Nein, er finischt mich nicht. Komm da runter, komm, ich gehe hin, wenn du kannst. Finde ich deinen Teammate noch kurz. Der hat ein Schild erhalten. Mhm. Ehrenbruder kommt uns nicht. Achtung, fahr zu. Nein, scheisse, keine Chance. Egal, wir haben noch mal einen Punkt. Ja, easy. Machen wir noch mal. Machen wir noch mal. Warte mal. Ich gehe kurz noch mal fragen, ob wir essen müssen. Ich denke, ich gehe kurz essen. Es ist jetzt fertig. Ja, jetzt fertig. Es ist auch gut. Das ist immer schnell. Ja. Waag. Und jetzt will Trybette für alle. Die scaredinạtherres. Ich gehe kurz nach. Die Brandon spricht nun mal davon. Ich gehe kurz nach. oder Advang. Paw錢 Erde. Ja. Da gab es ihre Perkra Substanz. Werknife demande lächkt die Stromkril. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du bist Teil von etwas. Du bist Teil von etwas. Oh my god, you should wear a bra on stream. Hey, that's actually because you're wearing a shirt. I mean, yeah, I could wear a bra, that would be a fan, but I ain't doing that shit. You kind of look funny, yeah. I'm wearing a bra. If somebody pays me, I'll wear a bra. Okay, how much? $1,000. Done. I'll go to that right now. I don't have a bra. I'll get you the bra. All right, deal. All right, donate real quick. Easiest dollar I've ever made in my life. You gotta wear all stream. You gotta stream for like six hours one day, wear the whole stream. And you can't say why you're wearing it. So only the people here now will know, but like nobody... The whole stream? How about the rest of this? There's no way you're gonna get a bra. Uh... I could probably find them. But why didn't you do that? You left there. There's more riffs down there. I don't wanna go all the way over there. All right, well, there's one to your northeast. Go in that one. Let's go, let's go and lay some people out, all right? Let's go. Let's go. Deutsche! Deutsche, da riebe auch sogar, das so wahl. Okay, guck mal. Ich war mit Deutsch weiter. Aber ich hatte zwei. Keine Teste, denn ich hatte Deutsch immer bis hier. Hab mich nie gestört. Bis sich irgendwann festgestellt hat... Putcher! Ey, selbst Ali hat ne drei! Und das Problem war, Ali hat von mir abgespielt. Kennt ihr so viel? Ich brauch mal näher an der Abituritikas. Denn wir so Aufgaben stellen, worum wir das schaffen, ja gut. Aber jetzt mal so getan, das wär's total einfach, womit ich von der ganzen Kessler das auch verraste. Also, dann sagt der so kurz, jetzt haben wir mal irgendeinen Satz. Irgendeinen Satz. Den du gut. Doppelt und plusgefallen, was das ist. Und du kiesst. Alter. Sag, was jeder sagt, würde ich schon. Doppelt und plusgefallen, was ich von der ganzen Kassel so tritt. Das doppelte Plusparmperfekt drückt, wie das Plusparmperfekt vor Vergangenheit aus. Standardsparlich ist die von das Doppelt-Plusparmperfekt, wenn diese Funktion nicht akzeptiert. Wenn das Plusparmperfekt die Vorvergangenheit nicht eindeutig ausdrückt, ist die Verwendung von Adverbien, die bereits vorher und so weiter zu empfehlen. Da will ich gesagt, unverteidig tangenzial, welchen und pro Wunschwahl zu Koeffizienz führen, regeneriert es die Portiale gleich in Linie her. Hey, der kommt nicht ganz geschockt an, so. Was soll das heißen? Ich sag, keine Ahnung, was heißt denn hier? Dankeschön. erle kto 안 der. Dannst du? Ir kdarstin gayk-kommellig. Ir vissuar Dannst du? cine Earkarrung. Kannst du dir? Kannst du dir? Kannst du dir? Kannst du dir? Was ist dein Gay-Kolleg von gestern? Was ist dein Gay-Kolleg von gestern? Wie ist dein Gay-Kolleg von gestern? Kannst du dir weiter? W Councillor Wally Bitte gibst dich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Watch the way you talk. Oh, yeah. 911, watch your emergency. No, that's what you want. ester? In your brain. I didn't know you. I didn't know you. I didn't know you. I didn't know you. That you don't think I didn't know you. All right. We should hurry. All right. Last friend. And, what? That's okay. Und dann gehen wir wieder zurück. Wieso ist der Hund abgehauen? Also mit dem Drift. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir wieder zurück. Versuch es nochmal. 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 Ich kann mir Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Mogenschein Servus. Servus. Hast du alles? Gut, gut, gut. Kannst du dich da, oder? Jupp, dann ist alles gut. Alter, du mal... Ich hab dich gerade richtig schiss bekommen, Alter. Weil heute habe ich ein Video gesehen, auf YouTube, wo einer gehackt wurde, auf der Playstation, und auf einmal meldet sich auf der Playstation ab, und das heisst, dass er mit dem Passwort zurück sitzt. Alter. Ich hab gerade richtig schiss bekommen, Alter. Alter, man, so die Kundehege von mir spammt mich gerade voll, und ja, ich... Ich bin jetzt nur geblündet, Alter. Der driftet so viel heftiger raus, so. Wie ich gerade habe. Mit dem Ding jetzt. Ja, mit den Golds. Ja, so lange ich Kleider habe. Ja, dass das Gold dazu kommt, oder? Ja, schon. Aber mit dem Schwerts jetzt, das lebe ich gerade an, heftig aus. Ah, fuck. Er konsuliert ein bisschen mit. Du hast nochcej Schloss freelancer kleb. Alte 180km hat schon. 171km hat schon. 56er. Wie, wie hättest du denn werden Crosse? Ich habe einen PC cụ clean. Ja, aber wie hast du 갈 den PC? Nein, ich habe Jean relies on the PC. Sie haben eigenes 구 shedding? Ja. Salty? Oder Retail? Äh, ja, Salty. Heisst du, es ist ein Turnier, aber kommt f*** drauf. Rein in Yolga. Ich kann gerade richtig den Schock an. Richtig Herzrosen. Schwier. Alter Mann, ich wäre auch... Alter, ich hatte zum Glück ein richtig schweres Passwort. Ich dachte, ich habe das etwas zu erkennen. Aber das ist schon mal 666 720 und dann irgendwas anderes. Da oben das blaue Pump. Ich weiss nicht, ob ich... Ja, eben. Ich wollte auch sagen, blaue Pumpberg. Weil du schon gegangen bist. Da unten hat es gerade ein Schumpet. F***, bei mir ist jemand gelandet. Wir sind 6... Wir sind gefühlt 5 Gegner gelandet. Ich bin so f***er Mann, da sind so viele Gegner. Für ein Turnier. Alter, hoffentlich fällt dir meine Falle rein. Ey, kannst du doch bitte. Ich brauche heftig deine Hilfe. Ich habe nur eine graue Burst. Und 60 Granaten. Mehr nicht. Das sind... Ich bin da unten. Die sind wahrscheinlich... Ah, der Hund hat mich einfach... Der hat meine Falle kaputt gemacht. Was? Wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Wieso gibt's... Komm nochmal. Hä? Alle... Der ist auch Season Level 100. Jetzt haben wir einen Spanner bekommen. Oh mein, oh mein Gott. Eisi, komm nochmal. Easy, komm nochmal. juegos jämlich 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 jämlich." Lassrört mich malum plattieren. Häe ich gent tääl immer. Das ventswirr かle- Du musst mit den schwarzen Flügeln nehmen und dann noch mit den Spitzhacken vom Drift. Das ist ein heftiges Dick-Kombo. Ich habe gerade so ein Insta-Video gesehen. Ich habe hier den Spinnen-Ritter mit dem Schwert mit dem Haken der Calamity. Ich habe hier einen Faden-Muskleiter. Also die Folge der Fortnite-Twink-Seite, äh, die macht immer so geil. Ich folge ein paar Orte, wie heisst es? Ford... ähm, warte mal, wie heisst es nochmal? So mit einem roten Ding? Ja, so rot. Ah lol, ja ok, komm mal vor dir. Und dann komm ich jetzt, das ist schon sicher aus irgendwie. Ja, da die Haken könnten ein bisschen teuer sein, sonst bin ich mit dir vom Omen oder so. Mhm, die vom Omen? Hany, hast du die? Ich habe die auch, ich habe die auch. Gut, dann nehmen wir noch die. Alter, schau, ich wollte schon einen Trigger-Siegel sehen, schau. Der Ampult. Also bei mir ist die Kette und der Steiffmann, krass, dass mir das passiert. Woher machen wir? Ah, sie wird ganz direkt, wenn sie das gesehen. Mhm. So, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Span-Bau. Span-Bau. Alter, mach dich richtig geil auf Twitch auf Forstlade, Span-Bau. Alter, krass, das Deutsch auf Forstlade. Ja. Ein grosser Feuerball. Immer wenn er so... Ich habe keine Übungen. Ja. Ich habe keine Übungen. Ich habe keine Übungen. Egal. Er ist auch... Er ist auch, sagen wir so, Anfänger. Ich meine, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Er ist Schweden. Das heisst immer, der geile Schweden. Oh fuck, ich habe die Leute nicht gerne, wenn ich zu den Filmen muss. Ja, scheiss ich auch nicht. Also, hast du den Pack dort... Du warst dort dabei, wo die Fortnite-Mars-Challenges lustig waren. Dann hat man zwei... Ja. Ja. 20. Ja, ich habe es bekommen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Darum bin ich so schnell im Max gewesen. Also, es ist heftig. Ich bin richtig. Und, Alter, ich habe an diesem Tag noch nie so viel gesehen mit dem Blumen. Ich habe einen epischen Rocket Launch. Weisst du, was das heisst? Easy Win. Ja. Genau das auch. Ja. Du kannst... Du kannst bei mir pennen, aber leider nur du. Nur ein. Ich habe jetzt zwei auf einmal mit einem. Wenn du kannst. Ja, ich kann... Ich kann nicht mehr pennen. Auch wenn ich in Wurasi. Oh mein Gott, Alter. Ich habe episch einen richtig geilen Loot. Rocket Launcher und Heavy Pump. Heavy Pump ist dann nicht mehr so heftig wie früher, aber trotzdem. Bei mir jetzt eine blaue Pump, wenn du sie sein möchtest. Ich weiss, ich will nicht. Ich habe jetzt schon fast mehr zu Hause. Ja, ich nicht. Ich habe schon wieder ziemlich viel Metall. Ich schreibe gerade zwei Leute ab. Ja, das. Willst du eine ARK? Äh, ja gerne. Wo ist sie? Ich weiss. Ja, ich bin schon. Ja. Ja, Alter. Und dann habe ich noch epische Farmas. Ich glaube, dass du rund 40 mal mehr... ...metter, oder? Keine Ahnung. Viermal glaube ich nur. Oder dreimal. Keine Ahnung. Teil am Ding. Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... 40% schon. Ja, 40% schon. Hast du verstanden? Ja, ich habe gesagt 4. Ich habe gemeint, du sagst 4 mal so viel. Das habe ich nicht voll verstanden. Ah, ist... Äh, ja, ich habe keinen Blue Life. Wäre nicht. Heftig. Wo ist der ARK? Ja. Ah, stimmt. Warte, wenn du da gerade raus laufst, da liegt es unten. Ja. Ähm... Wo ist... Der Pump ist da gerade raus und dann rechts ist es um dem Gitterteil. Es ist unten. Weisst du, in diesem hohen Gitterkäfig. Ja. Käfig. Hast du Pump... Ähm, Rockets? Vielleicht. Äh, Rockets? Nein. Schade. Hört sich gewöhne, ich MP, falls sie möchtest. Kann man dann gleich ab... Hä? Ja, ich habe sie noch nicht geholt. Ich gehe zuerst nachher die Metzgerformen. Ich habe noch nicht so viel. ... Ja. Ja... Ja. Also du sagst, dass du, äh... вообще... du musst eh... ...duß ich da nicht scheiße anschein... ... und dann muss mach ich vielleicht schon die Uhre, da unten ein Chuck- sur. Also gebe die Huren unten in Chak-Chak. Für das was du dann ausgeschaden hast, gibst du verdammt wenig Metall. Mhm. Dann ist ja der Chak-Chak. Was hast du gesagt? Ja, kannst du dort vorne. Das ist easy. Oh, du kannst ja hier schon... Ich vercheck. Ich kann mir hier das Haus links gönnen. Gönnen. Weisst du, ich kann etwas auf einmal liegen lassen. Ich habe das Lager für. Wie sagst du in dem Lager für auch Lechi oder so? Die einen, die ich kenne, sind gegen den Lechi. Ich bin so behindert, was ist das für ein Name? Ich frag mich immer, hä, Lechi, warum Lechi? Wie wohnst du? Du brauchst schon noch Dinge. Die Palette ist sowieso bei mir. Äh, ja. Ich weiss, nicht mehr so viel. Aber ja, ich brauche. Wie ist einer? Ah, shit. Ich komme... Wehe, ich muss das zuerst raus bauen. Er zieht mich. Wie, 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 wie einfach... Er läuft die Türe, wenn ich nicht trifft. Der Hatschut nicht. Scheisse, Mann. Was ist das für einen? Wo ist er? Der Hatschut nicht, Alter. Herr, ganz gut. Hi Stefan... Wer's grabt, hat mich der Hund. Hitsch... Wir Wagen das nicht... Wagen... Azi Bagokich... Oops... Abspط... Es sind ja keine ausge HTR! Was macht er dir? Ich weiß dieello Das ist so kleine Pussy, weisst du mich? Ich glaube ich kann nicht wie hart da. Ja, kann ich... Oder den bei einem und dem anderen, der pisse mich. Alter, wie viel der schluckt? Oh mein Gott. Alter, wenn der jetzt verreckt wird. Oh wehe! Ja, aber ich habe... Ja, mir eben auch. Ah, sie hast gesehen. Oh mein Gott, was ist das für... Ich will wissen, wie viel AP. Wie hätte... Ja genau, so viel AP hätte. Schau mal, seine AP an. Wie hätte er sich so viel gönnen? Er hätte nur Biggies gehabt. Mhm. Mh... Er hätte sich nie ein Masse für schnell Biggies reinziehen können. Alter, der wird echt so totlos wie Sony ist. Ja, hoffentlich verreckt er auch. Ja, wahrscheinlich verreckt er auch. Okay, komm nochmal. Ja. Ja. Ja, komm. 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 Ja, ich habe benutzt halt ein Sanktum, gerade so ein Fledermuss. Nimm du die Weib, vielleicht haben wir so ein Fledermuss, du Ohr. Ah, das ist immer ein Fledermuss. Aber ich nehme die Orakelhackchen, weil ich die andere Hackchen nicht habe. Mh... Ich mache die... Ich mache die andere Hackchen. Nimm doch... Ähm... Cape von dem, die noch wohre geil läuft. Mhm. So, ich muss im Cape spielen. Oder mit den Flügel, ich weiss nicht. Du kommst raus, ja. Ich weiss gar nicht. Nein, komm, ich spiele im Cape. Ich check nie, was sie meinen mit, ähm... Appearance. Was ist? Ich kann das mal checken. Da hab ich sie... Da hab ich sie... Da hab ich die M4s next, da. Ja. Da haben wir das Wienste statt Appearance 1 in 40. Ich kann check nie, was das bedeutet. Das heißt, ähm, ich... Einmal... Nein, das heißt... Ähm... Einer von 40 Personen hätte. Sagen wir es so. So alle 40 Personen hätte ich nur eine. Oh mein Gott. Ach komm, wir gehen auf den Wien. Warte, gehen wir zu unserem... Unsem Haus. Unser Schloss. Ich weiß... Hier wäre Raven, oder? Was ist der Raven? Mhm. Ist vielleicht der Raven oder der Ravensfrau? Nein. Ich hab den Raven mal gekauft, aber ich hab ihn verkauft. Ich hab ihn mal geil gefunden. Bühlt sich wieder nicht mehr, und jetzt bin ich ihn wieder okay. Ich habe mir gewöhnt, das erste Mal, ähm, das zweite Mal habe ich mir gewöhnt. Am Anfang war die Wildbächer zuerst mal sehr seltsam gewesen. Am Abend ist sie, keine Ahnung, so nach... ist sie wieder gekommen, so nach 5 Wochen. Und dann, gerade eine Woche später, ist sie gerade nochmal gekommen. In so einem grossen Pack hier. Da haben wir den Gleiter, wo der Bach da war, hast du den Gleiter gesehen. Und der Wolf auf Level 1. Ja. Zuerst mal ein Direkt. Da, da einer landet, okay, einer landet, äh, der wie auch. Ich habe mir gar nichts, Alpo. Alpo. Leck mal am Arsch. Alpo. Was bin ich so verreckt, Mann? Scheiss mir gleich an. Ja, moin. Ich habe... Ah, kein episch. Ja, moin. Ja, moin. Kannst du mal hin? Oder was ist das hier? Was ist das hier? Blaue Erde, bei mir. Wenn sie... Geholt sind. Jetzt hat man ganz scheisslaut da. Ja. Hast du den... Ähm, den Teil? Wie heißt du nochmal? Den Bellenstel von hier? Äh, ich habe schon... Ja. Ach, gib mir einen Fick auf. Ich habe eine Woche 10 noch nicht mal gemacht. Ich mache das morgen fertig. Und von diesen Fischen hast du schon getan? Ja. Mir fehlen nur noch Wochen 10, 8 und 9. Aber ich muss nur noch einen Teil davon fertig machen. Insgesamt muss ich noch 6 Herausforderungen machen. Ähm, wo wollen wir hin? Ja, ich muss nur noch einen Pfeil pushen. Ja, Pfeil pushen. Ja, Pfeil pushen. Aber da hat es doch immer so Rifts auch. Ja, hat keine Rifts. Ja, hat es keine Rifts. Halt ich voll durch. Merke ich gerade. Ich habe nichts mehr zu bekommen. Ach, ich habe nichts mehr zu kurz bekommen. Ist überhaupt Pfeil dabei gewesen? Ja, es ist ja so leer aus. So rumgelautet. Ja, da... Nein. Die Innentrassen sind vorne. Wann? 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 Nein, das ist nicht gelautet. Es ist so, alle Häuser sind gelautet und in jedem Haus hat es zwei Falle. Ich sehe sie ganz hinten beim Baumhaus. Ich sehe einen Black Knight mit dem... Ich weiss nicht, ob es ein Black Knight ist, aber auf jeden Fall mit der AC DC. Dann gehen wir zuerst pushen, bevor wir looten. Kein Bock. Ja, und ich mache noch die Palme. Ich habe einen Sniper. Ja. Und ein Sportler. Ich habe einen Rift. Ja. Und ein Sportler. Ich habe einen Puschen. Wie viele... Was hast du so an Heal? Äh, nichts. Ich habe nur Nades. Ja, dann kannst du die 10 Bandits da unten nehmen. Dann habe ich das Portroth mit mir. Sind wir safe? Nein. Meist wegen der Sonne oder was auch immer. Zum Flüchten. Witz. Ja, das... 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 Ja, eben. Oh mein Gott, du bist so... Bist du das gewesen? Ja. Fuck, jetzt weiss... Warte mal. Er ist auch mal dabei, oder? Fuck. Er ist... Ich glaube, es ist sogar ein OG-Teil-Skulltrooper. Ja, das ist... Alter, der... Der Hund geht durch den Puschen. Komm, wir gehen jetzt auf sein Jumpen, Alter. Kann man doch mal anflecken. Alter, nein. Äsch, er hat einen 110er. Hä? Er hat einen 110er. Hinter... Ähm... Rechts ist sein Teammate. Links ist sein Teammate. Der Hund. Wie... Wie habe ich das jetzt gerade überlebt? Seitdem gibt mir einfach einen Scheiss-Tiegel heute. Wo? Keine Ahnung, wo das ist. Aber... Der Hund. Ich bin so am Arsch. Er hat einen 111 und 74er. Und er finischt. Er hat gemischt. Was?! Ich... Ich habe zuerst geschossen. Wie... 111 und 74er. Wie kann das? Ich habe einen 110er und dann schon wieder 162 gelebt. Komm, machen wir nochmal. Ich habe einen 50er. Ich habe einen 50er. Um... 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 Ja, und jetzt verkacken wir über alles, Mann. Ich glaube, wir müssen re-touchen, das ist unser einziger Ort. Wenn wir gehen, ist es eine Frage. So wie ich jetzt gerade in meinem Stuhl liege, bin ich eh einmal als vor mir. Wenn wir zwei Wins holen, mit je sechs Kills haben wir die sechs. Dann haben wir die jetzt 20 Punkte. Wir müssen jetzt einfach zwei Runde hintereinander gewinnen. Ich bin ja einfach runter. Einfach nur bis am 9 oder so. Wie lange ist das am 9? Keine Ahnung. Am 9 muss ich auf jeden Fall auf. Oder schau, dass wir es wehren, aber auf dem PC. Wir müssen mehr auf dem PC. Mhm. Mh. 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 Verfickt mein Leben halt. Mh. 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 Schuhe. Morgen Gute-Tag-Frostedilla. Dann noch Adifrostedilla. gardenserv ubックs. Gute-Tag-Frostedilla. Adifrostedilla. Dann noch eine gute Gute-Tag-Frostedilla. Ja, very easy. Also, eine blaue Tag- contre-ge Knowing-Tagszehnte. Ja, wahrscheinlich nur weil wir da sind. Sie haben Angst vor uns. Du meinst, dass du mitgelaufen hast, warte bis er kommt und er steckt. So wie von links nach rechts ziehen. Nein, 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 nein. Das Vorderkühl. Ich schaue einfach. Weisst du, was am Boden ist? Aha. So ein Herdapflame. Ich nenne ihm nicht am Boden, das Herdapflame. Jetzt sind wir hier, wenn wir da sind. Aber was ist das? Ja, moin, ich habe es gar. Die Runde in Spandau hätte ich auch nicht gut werden, aber nein, das sehe ich hat irgendwie gehackt. Ja, Hacker. Eben, was habe ich gesagt? Hacker. Wenn ich dich dann melden soll. Wenn a hero comes along. Ja, ich hoffe es im medischen Flaschfaktor ist verreckt. Ja, ich hoffe es im medischen Flaschfaktor ist verreckt. Ich habe einen Sportarchift. 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 Nice, Digger. Ah, da bist du schon gewesen. Ah, ich habe bis jetzt immer noch zwei Waffen. Nice. Ich habe einen Biggie for you. Komm einfach hier oben rein, Leute. Merci. Merci beaucoup. Oh, da oben ist das blaue Akka, wenn du sie willst. Wenn wir noch die Läder looten gehen, so bevor die Zone noch alles kommt und verschlingen gehen. Mein, looter ist immer gut. Jetzt habe ich mir schön viel Metall holen. Jetzt habe ich mir schön viel Metall holen. Ich habe noch einmal ein Portriff hier. Klasse dort, weil ich habe Minis und Biggie. Oh my god, die neue Shotgun ist legendär. Ich habe dort einen Teil Biggies und Slurp, um mitzunehmen. Ein Minis und sechs Stück. Ja, wo hast du dein andere Portriff? Äh, in Crüppel. Easy. Halt den Bulli-Pump. Warte mal, das ist der blaue Pump, wenn du willst. Ah, schön. Es ist da, bei dem Eiffelturm oder was auch immer das ist. Also jetzt denke ich kurz den Slurp und dann gehe ich... ...holen. Macht das ein bisschen damage? Ah nein, du kannst den Slurp so oder so... ...saufen. Hä? Du kannst den Slurp eh schon soaufen. Also nehme ich jetzt einfach... Könntest du eigentlich die Dinge, eigentlich die Benzeln, die man dann zu setzen lassen? Nein, mach es nicht. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt... Das Slurp schon gesoffen. Also was? Im ganz kaputten Haus oder im... ...kalt kaputten Haus? Im... ...kalt kaputten Haus. Aha. Im Pennerhaus. Nein, das habe ich gelautet. Oh nein, warte. Äh... Rot. Ich glaube, das ist hier oben. Ja, easy. Alter, ich habe voll Holz und voll Metall, aber keine voll Stein. Ich habe nur Stein. Doch, 77. Scheiße, aber... ...das ist nichts. Nein, da bist du nicht. Vielleicht hier unten. Ja, ich habe es. 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 Ja, dann kommen wir zuerst mal in die Zone und schauen mal, was die Zone so sagt. Wenn sie bei uns ist... Easy. Jetzt müssen wir auf die Platzierung schützen. Das heisst, wenn wir einen Gegner sehen, nicht drauf. Und jetzt müssen wir auf die Platzierung schützen. Ja. Das Problem ist, ich habe keinen Sniper. Ja. Piu. 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 Wenn wir auf den Berg gehen, mit dem Schattenstein und dann den Base bauen. Eine kleine Base. Da. Bin ich jetzt episch AK? Fuck, jetzt muss ich wieder... Ich komme mit der Point Rift zu dir. Bin ich jetzt eine episch AK-K? Ja, ich sehe sie hier hinten. Wollen wir mit Rift durchziehen? Er kommt. Genau, ich kassiere den K-Hit. Fuck, wo ist er? Easy. Ja, okay, gönne die Heavy. Gönne, ähm... Ah, es ist gar kein AK. Ja, komm mal, komm mal, komm mal vorne das AK. K-E-Bisch für dich. Ich nehme mich rüber raus. K-E-Bisch für dich. Ah, es ist eine goldige Skar. Ich habe eine epische, ich weiss nicht. Ja, komm mal. Ähm, die Sirens ist eh wie AK, aber ich nehme AK, weil die geiler ist. Chak, chak. Oh, shit! Suresli, man. Hast du Rockets? Hast du Rockets? Hast du Rockets? Kommt runter, kommt runter, kommt runter, wie gesagt. Hier ist ein blauer MP. Easy. Hast du hier oben noch blauer MP? Ich nehme dich nicht mit. Heftig. Kann man durchziehen? Wie ist die Zone oder wie? Ja, um Berg zu gehen. Ja, warte mal. Dann nehme ich eine MP dazu. Wenn wir uns einen Schattensteiger holen... Nein, komm, komm, komm. Komm, komm, du mich. Es ist unsinnbar, es ist unsinnbar. Wieder unten. Siehst du ihn? Äh, ja. Aber egal, wir gehen nicht hoch. Wir gucken durch die Zeit aus. Zu den Steirunen. Da unten. Nein, das ist sein Problem. Wir gehen jetzt auf den Berg. Auf dem anderen Berg habe ich sie nach vorne. Ja, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Ja, ich habe sie gesehen. Da ist der Krippler. Da habe ich alles schon gelautet. Oh mein Gott, was macht der? Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist so viel... Ich weiß, dass die Ruhe viel Damage passiert hat. Hört. Oh, er knuckte. Hört schon. Es ist nur eins, Digga. Rechts vor uns. er ist auch aufgrund der Produkte Kielmann ein scheiß Punkt aber schon wieder naja das Wort ja warum es so gut an für links hat noch und und schätzt mich dies Ich habe ihn gekillt, ja. Alter, ich liebe Daka, weil sie so viel damage macht. Er zieht durch, er geht runter links. Er ist durchgezogen. Er ist kaputt. Er ist dort, glaube ich, nicht unten links. Nein, er ist am Leben. Er beschliesst auf uns. Ja, Quatsch, hinter uns, ja. Hier unten links beim Berg ist noch jemand. Ja, der ist da oben. Wir sind da oben. Nein. Egal, egal, der kommt mir nicht davor. Der kommt mir nicht davor. Nicht so easy. Wo ist er? Hinter dem Baum. Hinter dem Baum habe ich alles finden. Nein, der ist jetzt mehr rechts. Er hat noch mal einen 231. Gehen wir ihn pushen, komm. Blau oder die? Ja, er hat noch einen 231 Blau. Alter, moin. Ich habe vor dem, was passiert. Bellbus. Ja, er kommt wieder. Oh, 86 Blau. Der beim Bellbus rein. Oh Gott, ich habe den Kasten geschehen. Wo ist denn der da vorne? Er haut ab. Er hat noch einen 46er. Nummer 22er, er steht da. Er ist verreckt. Er ist halt echt verreckt. Sollen wir ihn looten gehen? Nein, 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 warte, warte. Sie sind noch gegen nach. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ja, moin, was macht er dennis? Warte, 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 warte. Nein, der hat 32er. Ich kann ihn da unten looten. Oh mein Gott, der hat geile Loot. Also es geht. Ist zum Teil geil. Alter, ich nehme es. Teil zu Minis, kannst du die Minis mitnehmen? Ja, ja, ja. Hast du ein bisschen, wie viele Sniper man hast? Wir können... Ja, ich kann jetzt 31. Hast du noch ein bisschen? Ich habe noch 13. Ja, ja, warte. Warte, ich bin da. Wir müssen da runter. Nein, nein, nein. Geh mal links. Geh mal links. Ah,ucke, der Kot ist ja kaputt. Oh, hier oben häftig am Fighten. Oh mein, Robi, dann geht es so auf. Warte, komm, wir gehen auf den Bababaum. Warte, warte, noch 4 Gegner mit verrecken und wir haben 2 Punkte. Ich hab noch 2 Gegner mit verrecken. Noch 2. Also, wenn es keinen Solo-Spieler hat, dann noch 2. Nein, ich glaube schon, ja stimmt, sorry, wir machen bald aber so, dass wir den Berg nicht berühren, damit der Scheiss-Trap kaputt schliessen kann, ich habe keine Bock, dass er noch mehr im Kuss wählt, nein, ich habe zwei Böge, ähm, schick rüber, die Hunde, Alter, die Hunde, ist er jetzt verrückt oder nicht? Er ist unruhig, oh mein Gott, der Wolf hat ihn, er hat einen Acker, er hat einen Acker, er hat einen Acker, ich komme, oh mein Gott, ich komme, Alter, kann man den Hicke, oder mir Hicke, keine Ahnung, als ob wir einen Hundertfünften beim Ovenkähen drücken, Alter, du mal wie heftig, was ist das? Er hat sich genug selber, oder? Er hat einen Acker gehütet, er hat gar nicht geschossen, mal wieder Logik vom Spiel, ich habe nicht mal geschossen, aber ja. Alter, ich bin gerade so verschockt, ich konnte nicht bearbeiten, weil es seine Treppe war. Er hat einen Pünkt bekommen, oder haben wir einen Pünkt bekommen? Nein, wir haben keinen Pünkt bekommen. Nein, oder? Alter, okay, mach nochmal, ich muss etwas mit meinem Vater sagen. Mann, so ein Scheiss. Also, komm. Ticke, was haben wir einfach gehabt, Buch bekommen, Alter? Also, bis auf jeden Fall... Eben... Alter Heft... Mann, wieso haben wir... Wie hab ich mir selber Damage gemacht? Das ist die Frage. Du musst im Stream schauen. Also, ich habe mir gar nicht mit dem Rocket Launch selber Damage gemacht. Ich habe auch Bau gemacht. Bist du immer noch am Streamen? Nein, ja. Ah du hunderte Prezi! Ah du hunderte Prezi mit der Ring gehalten. Ach heiyan... Tadadada... Wohin wollen wir, Wohin wollen wir, Wohin wollen wir... Wöen wir Pleasanton! Pleasant Park! Also ob wir kein Punkt bekommen haben oder. Das haben wir auch angeschissen. Vor 4 haben wir Hoy sogar auch긴 zuBerapunkt bekommen. Mhm. Was ist das? Wahrscheinlich muss man unter der Top 10 sein, aber wir waren genau Platz 10. Ich glaube das sollte schon zählen, weil die Tagesaufgaben zählt. Da haben wir gesagt, es sind Team-Matches unter den letzten 12 an der 12 Team. Ja, unter den letzten 12 ist es unter den letzten 12 Teams gemeint. In dem Team. Nein, nein, bei mir ist es ein Teil. Es steht unter den letzten 12 Teams statt. Es ist nicht unter den letzten 12 Spieler. Bei mir ist Banja oftmals nicht real gewesen. Ja, aber leider. Glauben Sie, Sie können morgen auch schlafen? Glauben Sie diese Geschichte erfahrt, ob Sie es in Deutschland sind? Ja, oder gar nicht. Aber manchmal finde ich es geil, wenn das so wahr wäre. So, du kannst einen Joker-Tag nehmen sogar während dem Schaffel. Das wäre heftig. Motivation aus 3 Wochen! Joel! Ja. Ähm, hinten in Blue wird gefightet oder gerade? Das ist neben Blue das Graue. Wir gehen pushen. Äh... Die sind noch fighten bevor es... Warte, warte, links von uns sind auch noch ein paar in der Kirche. In der Kirche? Alter, schau mal wieviel da gefightet wird. Das sind 6 Gegner. Ganz ehrlich, wir sind ein bisschen auf Waffen und es kommt nicht genau rein. Die sind noch ein paar in der Kirche. Ja, der hat einen 41. Glauben Sie, was? Sind das Tinnisticus? Ah, hinten in der Kirche. Die von hinten in der Kirche können uns gleich pushen. Ich bin heftig am Arsch. Äh, Dennis, wo bist du? Ah, du bist dort. Ja, ich habe... Die sind beide eine hier bei mir. Ah. Oh, wir gehen vorhin. Wo bist du aufgeregt? Dort vorne. Das sind zwei. Irgendetwas Neidartiges gehabt oder sollst du ihn rein schmeissen? Nope. Holt die zwei, dann haben wir einen Punkt. Die sollte hitzen. Die Teile sollte one hitzen. Ja, nein, nein. Weil sie sich umbrotten, dann haben sie... Ja, nur einen habe ich umbrotten. Aber ich glaube ich habe Bandits gehabt. Ich weiss nicht mehr. Schöne! Verstanden. Er hatte wirklich nicht Explosives gehabt. Aber Bandits. Was hast du denn mit der Tür? Gehne, die gehen neu. Ja genau. Ich wollte jetzt er wirklich Snipen halten. Vorrat, oder? Ja. Ich glaube du wirst gepusht. Oh nein, sie werden gepusht, sie werden gepusht. Hau sie runter! Schüsse sie runter! Ja. 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 Die einen sind tot. Ja. Du bist ein Marsch. Ja, der eine ist ein Sniper. Ich muss ihn schon bauen. Zuerst mal schiessen. Hinter dir, hinter dir. Neben dir. Ja komm, keine Chance. Hä? Alter, der eine hat schon 5 Kills. Sie sind wahrscheinlich verziltert gekommen. Und der eine hat... Null. Easy, komm nochmal. Alter. Alter. Der Teil da, wenn man das abgeschickt hat, das einmalige Formular da. Ja. Ähm. Wann wird Teil? Wann bekommt man die E-Mail? Morgen oder überall? Keine Ahnung. Die E-Mail bekommst du sofort, wenn du sie abgeschickt hast. Hä? Wie meinst du? Alter, ich habe heute richtig geile Schuhe. Also geil. Nicht unbedingt. Ein richtig geiler Pullover. Für Zalando. Hä? Wie meinst du Teil? Ja, E-Mail. Wenn du abschickst, kommt die 10 Sekunden später bei denen an. Aber die schauen wahrscheinlich erst morgen an oder so. Ja, ich meine. Wann bekommen wir sie? Aha. Keine Ahnung. Mein Vater tue heute morgen an. Und wahrscheinlich, wenn sie es dann sagen zu dürfen, wahrscheinlich gerade wenn du anruftest. Tut bereit? Nein, ich glaube nicht. Man muss dort gar nicht unbedingt anrufen, weil es schadet ja nichts auf der Seite, sonst per Kosten schicken kann man. Ja, stimmt schon. Also ich glaube, ich rufe nicht an. Ich mache es trotzdem aus Sicherheit. Also mein Vater macht es aus Sicherheit. Ja. Also komm, ich kann es nicht ausgehen. Ich habe gesagt, äh. Ich habe einen Muttermundschel gefragt, ob es heute über den Mittag kommt. Ja. Ja. Ja, nicht über den Mittag. Wenn es so um zwei oder am Abend. Ja. Ja, eben so um zwei eben. Wenn ich die Schuhe bin. Ja. Also kommt ein Druck bereit. Ja. Das ist wertvolle Zeit, die ich da verliere. Ich habe nur noch, ich habe nur noch 1 Stunde und 20 Minuten. Das sind, wir müssen jetzt richtig rasieren, aber. Das sind mit Glück zwei Runden. Ja, das geht es. Ich weiß, wie. Das bitte das Blaschen Lisch. Ich habe mir alle Muy gut gemacht, habe ich auch mit. Das ist eine Grenzenleis. Das Nettricks, das Netztricks Apostel zu hören. Ja. Ich habe mich auf einmal den Blaschen. Ich habe die Grenzenleis. Ich habe die Grenzenleis. Ich habe die Grenzenleis. Ich habe den Blaschenleis. Ich habe auch die Grenzenleis. Also 9 Runden und 6 Punkte. Wir haben nur mit 2 Runden Punkte gemacht. Entschuldigung, wollen wir jetzt einfach auf die Kills gehen? Dann müssen wir zielten gehen. Das heisst, 3 Kills pro Runde gibt 1 Punkt. Wenn wir zielten gehen, hätten wir sicher noch 3 Kills. Das heisst erst 2. 9 Runden müssen wir spielen, wenn wir pro Runde 2 Punkte gewinnen. Wenn wir auf die Kills gehen. Sonst müssten wir 14 Runden spielen. Gehen wir mal eine Runde tilten, um zu rasieren. Nein, wir müssen nur 7 Runden spielen. Ah ja, stimmt. Sorry. Ich habe gerade voll. Es fehlt noch 18 Punkte. Merke ich. Sorry, ich war voll verwirrt. Easy. 6 Kills müssen wir jetzt schaffen. Gehen wir mal auf den Sonnenschirm. So, go safe. Das ist Briggs. Ja, ich sage Sonnenschirm. Wieso sagen wir weiter auf den Sonnenschirm? Ja. Ich sage, seitdem ich spiele, sage ich und meine Kollegen Sonnenschirm. Ah, die Meter müssen wir an. Dann ist ein blaues angewirrt. Ich meine, es wäre blaue Brampe. Ich sage, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich könnte dich ausgaben am Anfang. Ich habe eine Runde. Ja, geh schon mal. Schau schon mal oben drauf, ob denn die Gegner sind. Ich habe gelockt. Gut, gut. Sofort finishen. Wenn es geht. Ich habe eine Runde. Ich kann eine Runde. Ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. Innen bist du mit dem Rift durchgezogen? Ich gehe nach unten. Ich habe einen Slurp für dich. Wenn du möchtest, ich habe einen Slurp für dich. Alter, legen wir dir eine epische Pump. Komm, ich gehe nach unten. Warte mal. Ja, easy. Komm runter. Da. Slurp. Das ist heftig drin. Warte mal. Von hier kann man, glaube ich, den im Fenster hier oben killen. Nein, kann man nicht. Also, man muss eigentlich immer, sobald man gelangt, probieren, die ersten killen. Aha. Sonst schaffst du eigentlich ungefähr. Dann werden alle abgestellten. Im Main ist es noch. Im Main ist es noch. Im Main ist einfach mit mir anders gefahren. Ich gehe nach unten. Hat einen Hit. Noch mal einen Hit. Komm auch, komm auch, komm auch. So viel. Er finnst mich. Er hat mich. Bist du? Oben. Du bist auf 1, auf 0. Er spielt nirgendwo, er spielt nirgendwo. Schwösser spielt jetzt wahrscheinlich mit der Tourette. Er hat mich, bevor ich ins Tourette konnte. Ich kann nicht gehen. Alter, du musst... Du musst... Gut. Der oben hat Hitze. Aber nein, er hat wieder sein Leben ge... Fuck, aber der blau Pump. Nein, der neue Pump. Du musst den oben killen, dem einen Punkt. Dann bin ich glücklich. Der spinnte sich. Auf Heugang gegangen. Der ist Boogie Bums. Das ist... Ja. Ohne die Dingung. Welche zu tun? Scheiss, du... Er macht Augen auf andere. Aber... Nein, nein, scheiss auf dich. Dahinten hat jetzt noch Gegner. Noch einmal Uhr. Noch einmal Uhr. Dann hast du bis bei ihm. Nein, noch einmal... Nur einmal Uhr. Aber nimm dir die Scheiss tactical in die Hand. Sonst gibt er dir einen Lucky Heightshot. Ja. Geh aufs Tourette, geh aufs Tourette, geh aufs Tourette. Schöner. Er ist am Tanzen. Er verreckt, oder? Nein. Er lebt noch. Du kannst nicht so easy pushen. Heftig. Geh aufs Bandis. Du kannst ein Spago killen. Oh mein Gott. Der hat einfach beide gefickt. Keine Ahnung wo der ist. Ich glaube es sind Main drin. Geh aufs Bandis. Bevor die noch... Ja, okay. Er kommt hoch. Er kommt raus, oder? Man, es sind die anderen wieder? Mach auf. Mach auf. Geh, geh, geh. Willst du aufs Tourette? Geh aufs Tourette. Geh sitzen. Sitze aufs Tourette und mach auf. Hast du das bald? Neben dir. Rennen einfach... Ja, Moin. Wichsen. Wir müssen noch fighten. Scheisse. Ja genau. Wie? Hä? Kannst du mir sagen, wie das noch drauf war? Keine Ahnung. Aber der hättest... Ich weiss nicht. Ach, komm nochmal Tilted mit. Easy geil. Gespielt. Oh, Moin. Einfach Tilted, oder? Dann machen wir viel... 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 Es ist kein Hitze, Alter. Ich glaube, ich hätte gar nicht gesprungen, Alter. Es ist kein Hitze, Alter. Immer? Aber... Nein. Das ist wirklich alles, wenn man mit einem Scheissfaden kann ich einfach mal Kopfhörchen bleiben. Und dann verteile ich auch die Shots und die Ad Shots. Gehen wir noch mal zu einem Scheiss... äh ja Bricks halt. Ja ich geh schon, ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter, da hat's gerade ein Zeck. Du bist... Jawohl. Der Urbex hat ihn schon. Ja. Weil ich sicher bin von Damage. Der eine ist einfach halt unter mir. Äh, immer unten. Ja. 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 Ebenische Farmers. Du hast gesagt es sind ein paar Teile oder? Basketball. Also... Ja. Du hast noch einen, die? Äh keine Ahnung, ich hatte keine zweite Teile. Ja. Ein Sinnesparta. Ich glaub der hat mich gesehen. Er zieht durch mit Rift! Ja. Ich geh auch. Nichts, da kann man pushen. Die Frage ist noch wo. Ähm, unten beim Nazi... Beim Nazi-Haus sind Wuren ziemlich... Ja. Ich hab... Ich hab... So kann ich schwören. Hat er einen gekillt? Hinter dir ist einer. Ja. 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 Es sind sogar ein bisschen weiter. Ja. 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 Wie ist das? Wie ist das? Ja. Ja. Ich hab... Ich hab noch nicht ganz. Ich möchte den bei Tottenhausen hin. Ja. Ja. Es sind sogar ein bisschen weiter. Es sind mehr so hinten beim Dakoladen da. Ja. Wir gehen gleich pushen. Wir brauchen jetzt noch einen Kill damit einen Punkt. Echt? Ja. Ich hab zwei. Wahrscheinlich machen wir dann... Man macht wahrscheinlich jetzt zwei Kills. Das wär gut. Das wär fisch. Er braucht noch einen. Er braucht noch einen. Er braucht einen Abstaub schnell. Tatsächlich nicht... Du kommst jetzt zum Abstauben. Nimmst du den Abstauben? Oh. Hoffentlich sind die noch nicht tot. Also... Ist noch... Nein. Ich hab nicht einen Sniper, aber ich hab lange gewartet. Soll es nur safe sein, weisst? Also ich... Ja, nein. Nein. Das ist genug. Wir collecten nichts. Er hat 90er. Er finischt mich. Er kommt. Er finischt. Er kannst mich einbauen. Und kill einfach einen. Wenn's geht. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Unter dir ist noch einer. Da hinter dir. Was? Fuck. Also komm nochmal. Wir müssen jetzt... Das können. Wir müssen jetzt schnell machen. Es geht extrem ernst. Wie hittet die Pumpschuss nicht? Nein. Alter Mann. Okay, nochmal komm. Ich mach jetzt mal einen Klipp. Ich wollte mal schauen, ob die Schüsse wirklich nicht drauf sind. Alter. Du sagst mich gleich über den Schlauch. Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Alter, wir müssen fast drei Kills gehen. Scheiss Game. Ich hab gemeint... Weisst du... Ich hab gemeint... Der hinter dir ist ja... Fuck. Zwei Platzierung. Vier. Oh Gott. Alter, ich glaub jetzt können wir da ein wenig mehr. Das ist auch gut. Das bringt nichts an meine Schüsse hinterlassen. Das ist ja so. Ich hab's mal dringend... Ich hab's mal dringend auf die Schüsse. Ich hab's mal dringend auf. Alter, das schwörste. Eben. Ah, da tut mir irgendwie leid. Da hat der rum gar nicht voll. Doch, kann sonst nicht alles voll. Ja schon, aber ich glaube nicht. Eben voll sollte besser aus als er so. Also mit einfach nur 6 Punkten, das schiesst mir gerade echt eine Ruhe, wenn ich es gerade richtig hätte, auf Kills schwitzen, oder? Weisst du, es ist bei mir immer so, die ersten paar Runden auch im Solo, voll viele Punkte, ich mache immer so 4-5 Punkte und dann nichts, nichts. Ey, was hatten wir die letzte Runde, so, keine Ahnung, so 20 vor 9, halbe 9, holen wir einen Sieg. Aber wir haben zu wenig, dann haben wir wahrscheinlich, ey, nur so, haben wir, sieben, etwa nur so 15 Punkte oder so. Gehen wir nur so, Alter, es haben so viele Leute tiltet, schau dir das mal an. Die halbe Map kommt, bei dir, unten. Gehen wir mal so, was gibt es denn, was ist das? Wie ist ein 23 ajustes Winter, oder? Scheissonde. Ich bin ganz drauf gewesen, es hat nur als zweimal Hits gezählt. Ja, ich weiss, ich komme gleich nochmal, Vigi. Was ist das für Dreck? Richtig Dreck. Hassen, Alter. Hassen Burst. Den kannst du nicht spielen. Das ist schon so. Alter, drei Schüsse sind draus gewesen, es hat aber nur zwei gezählt. Ja, sehr nett. Der Penner hier oben killt mich wahrscheinlich jetzt. Ich habe keine Motivation mehr, Alter. Der hat mich... Karma! Äh... Hallo, jemand hier, öffne dich. Alle sind nicht hier, aber ich möchte nicht öffnen. Da, endlich. Wo sind die hin? Dort. Alter, du Scheissnäger. Hau doch ab. Nehmen wir in Ruhe. Ja, Moin. Ja, Moin. Leg mich doch am Arsch. Alter. Ja, das ist schon so. Komm nochmal, jetzt müssen wir richtig schwitzen. Das wollen wir. Das ist schon scheiße, oder? Ganz ehrlich, ich muss wieder rausgehen spielen, Alter. Ja. Ja. Das gibt Glück. Ich verdicte, ich bin jetzt Ramirez einfach. Er spielt ja selber mit den Drachenhacken. Ja. Ich weiß nicht, was du mir gegeben hast. Ähm, gleich, dann haben wir den Mokko. Ja. Ja. So kommen wir gleich wieder. Jetzt sind sie. Sie. Ähm, brennt die Teils einfach. Vier eliminieren, gibt eine Sachsen, ein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Punkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, fuck. Okay. 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 Das war's. 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 Das war's.